Ostern ist einfach super toll. Ich finde Ostern super toll. Aber weißt du was, was ich komisch finde? Der Thomas, der war ja beim ersten Mal gar nicht dabei, der alte Zweifler. Und dann hat er noch gesagt, ich glaube euch nicht. Der hatte doch gar kein Glauben dann, oder? Also was ich an Thomas richtig cool ist, du hast natürlich vollkommen recht, er hat sehr viel gezweifelt, aber was ich sehr cool finde, ist, dass der immer Jesus erleben wollte. Der wollte nicht sozusagen auch vom Glauben der anderen leben, sondern er wollte das selbst erleben und das selber in die Hand nehmen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also ich finde, selbst Sachen erleben zu müssen ist völlig okay und natürlich voll natürlich. Und Jesus hat das ja zugelassen, hat er nicht gesagt, spinnst du, geh weg, sondern er hat gesagt, hier, was machen. Und das fand ich auch toll. Eigentlich hat er da dann auch anderen Glauben gehabt als die anderen, oder? Genau. Und was ich noch richtig cool finde an Thomas, ist, dass in manchen Kreisen sozusagen ein bisschen gesagt, dass Thomas, dass der bis nach Indien gewandert ist und da von Jesus erzählt haben, so ist das nicht cool? Wow, das finde ich auch cool. Das ist ja dann sozusagen der weiteste Weg von allen, oder? Da hast du recht. Da hat diese Erfahrung ja im wahrsten Sinne des Wortes weit gebracht, oder? Ganz schön weit gebracht, ja. 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 Ja.